Schalom und herzlich willkommen zur wöchentlichen Eindacht vom 12.02.2024 von Amir Zafati und Barry Stegner. Ist die Freude am Herrn deine Stärke? Matthäus 16 Da sprach Jesus zu seinen Jüngern. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Paulus schrieb, Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir auch durch den Glauben Zugang zu dieser Gnade haben, in der wir stehen, und freuen uns in der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Und nicht nur das, sagte er, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, weil wir wissen, dass die Trübsal was bewirkt? Beharrlichkeit. Und Beharrlichkeit, was bewirkt? Charakter. Und Charakter? Hoffnung. Und wie geht es dir? Gut, danke. Ja, die Freude am Herrn ist nicht deine Stärke. Von allen Menschen sollten wir die hoffnungsvollsten Menschen sein. Wir sollten die Menschen mit dem Frieden sein, der allen Verstand übersteigt. Nur, damit ihr es wisst. All eure unglaubigen Nachbarn, Freunde und Familienmitglieder, alle beobachten euch in diesem Moment. Sie alle. Und sie wollen wissen, wofür du dich gerade einsetzt. Ist dein Glaube das Wichtigste? Oder was sonst? Was füllt deinen Tag aus? Was füllt dein Profil in den sozialen Medien? Für wen interessierst du dich mehr? Fauci oder Jesus? Wenn du etwas schreibst. Nein, nein, hör zu. Es gibt mehr Christen, die in den letzten sechs Monaten mehr Fauci als Jesus gesagt haben. Das in Matthäus 16 aufgezeichnete Gespräch fand in Caesarea Philippi im Schatten eines heidnischen Tempels statt, wo Jesus die Jünger fragte, wer die Leute sagen, dass er sei. Auf diese Frage folgt sowohl ein Höhepunkt als auch ein Tiefpunkt in den Jahren von Petrus Wanderschaft mit Jesus während seines irdischen Dienstes. Matthäus 16, Verse 14 bis 18 Sie sprachen. Etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia. Noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Gleich danach lesen wir in Matthäus 16 folgendes, Verse 21 bis 23. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, Weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Von Petrus, dem gesagt wurde, er habe eine Offenbarung vom Vater, bis zu dem, der vom Sohn Gottes Satan genannt wurde, alles in einem einzigen Gespräch. Das war sicherlich ein demütigender Moment für Petrus. Dann wendet sich Jesus an die ganze Gruppe und sagt ihnen, wenn ihr mir nachfolgen wollt, müsst ihr euer Kreuz auf euch nehmen und euch selbst verleugnen, um das zu tun. Wenn wir dies im Zusammenhang mit dem lesen, was der Herr zuletzt zu Petrus sagte, nämlich, dass er auf die Dinge der Menschen nicht auf die Dinge Gottes bedacht sei, können wir die Bedeutung dieses Satzes besser verstehen. Jesus sagte seinen Jüngern, und das gilt auch für seine Jünger heute, dass es einen Preis zu zahlen und Opfer zu bringen gilt, wenn man ihm nachfolgen will. Die Dinge oder das Denken dieser Welt dürfen nicht an erster Stelle stehen und wir sollen ständig auf die Dinge Gottes bedacht sein. Das stimmt mit dem überein, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Matthäus 6, 33 Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Dies alles, das Jesus erwähnte, bezieht sich auf, was wir essen, trinken und anziehen sollen. Wie wir in den vorhergehenden Versen von Matthäus 6 sehen. Das bedeutet nicht, dass alle Christen in Armut leben sollen oder nicht hart arbeiten sollen, um für ihre Familien zu sorgen. Es bedeutet, dass wir als gute Verwalter dessen, was der Herr uns geistlich und materiell gegeben hat, darauf achten müssen, dass wir das richtige Gleichgewicht im Leben halten. Wir leben heute in einer Welt, die viele Falltüren aus dieser Art von Denken bietet und wir müssen uns davor hüten, in diese zu fallen. Viele Dinge in unserer Welt verlangen unsere Aufmerksamkeit. Für unsere Familien zu sorgen, anderen Gutes zu tun und Teil einer Kirchenfamilie zu sein, sind alles gute und gottgefällige Dinge. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Freudenkillern in unserer Welt, bei denen wir aufpassen müssen, dass wir nicht in die Falle tappen. Traurigerweise gibt es heute in der Kirche immer noch eine erhebliche Spaltung über die Positionen, die einzelne Kirchen zur Pandemie eingenommen haben. Masken oder keine Masken? Kirchentüren offen oder geschlossen? Abstand halten oder nicht? Einige taten so, als ob die Erlösung eines Menschen von ihrer Entscheidung in diesen Fragen abhinge und Satan war sehr erfolgreich darin, einen Großteil der Kirche von ihrer Mission abzulenken, die darin besteht, Christus und ihn als Gekreuzigten zu predigen. Johannes 13, 35 Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Was wissen die Leute auf Instagram oder Facebook über uns? Dass wir Jesus Jünger sind? Oder dass wir Pro- oder Anti-Impfung sind und was wir von bestimmten politischen Kandidaten halten? Es geht nicht darum, dass einige der Dinge, die die Gemeinde abgelenkt und gespalten haben, unwichtig sind. Sie dürfen nur nicht den Platz einnehmen, den das Teilen des Evangeliums und die gegenseitige Liebe, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, einnehmen. Ob du nun aus Israel oder den Vereinigten Staaten kommst oder aus einem anderen Land, in dem freie und rechtmäßige Wahlen stattfinden, die Stimme der Christen muss gehört werden. Aber auch hier gilt, dass diese wichtigen Bereiche gegenüber der Errettung der menschlichen Seele weit in den zweitrangigen Hintergrund treten. Es gibt ein Akronym, das schon seit Jahren im Umlauf ist, nachdem wir in diesen gefährlichen Zeiten gut leben sollten. Joy Jesus Others You Jesus Andere Du Wenn wir den Herrn an die erste Stelle setzen, das Bemühen um andere an die zweite Stelle und uns selbst an die letzte Stelle, wird das Endergebnis ein Leben voller Freude sein. Der Beweis dafür? Jesus Hebräer 12, Vers 1-2 Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Sohnes Gottes gesetzt hat. So komme schnell, Herr Jesus! Bücher von Amir gibt es in deutscher Übersetzung beim CMV, christlicher Medienvertrieb Hagedorn, im Internet. Beweise